Bei PBS Wisdom wird meine Arbeit sehr geschätzt und es wird mir grosse Flexibilität entgegenkommen. Ich bin stolz, eine Frau zu sein, weil wir in der heutigen Arbeitswelt besser wahrgenommen werden wollen. Als Frau bin ich stolz, weil ich heute eine Wahl habe. Ich habe die Möglichkeit mitzureden, meine Perspektive einzubringen und damit für mich und andere Veränderungen voran zu treiben. Auf meine berufliche Entwicklung hat PBS Wisdom enormen Einfluss gehabt. Ich durfte helfen, Digitaldruck aufzubauen, von Grund auf. Sie haben mir extrem Vertrauen entgegengebracht und dadurch auch meine Autonomie gefertigt. Ich bin stolz, eine Frau zu sein, weil ich gleichzeitig viele Rollen erfüllen kann. durch diese starke Kommaiko im Leben vorwärts. Ich würde sehr gerne, dass Frauen in jedem Moment und in jeder Phase in ihrem Leben verstehen, welche Bedeutung sie als eigenständige Person haben. Ich bin stolz auf dich, führ deine Persönlichkeit und danke für das, was du glaubst. Es ist dein Leben, deine Geschichte. Bist du der Held in ihrer Geschichte? Kämpfe für deine Träume und bist mit deinem ganzen Herz dabei. Dann kommt's gut. 515 Dr. 425 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 05